Sie sind hier, 24. August 2018, 12.42 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Deutschland und Russland standen sich beim packenden Olympia-Finale in Pyeongchang gegenüber Urheberrecht. Gettet die Images zum Auftakt des Deutschland-Cups kommt es für das DEB-Team zur Neuauflage des Olympia-Finals gegen Russland. Das Turnier hat einen neuen Austragungssport. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet bei der Premiere des Deutschland-Cups ab 8. November live im TV auf Sport 1 im neuen Austragungsort Krefeld gegen den Vorjahressieger Russland. Das gab der deutsche Eishockey-Bund DEB bekannt. Das Auftaktspiel findet am 8. November, 19.00 Uhr im Königpalast statt Nach einem spielfreien Tag trifft die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm am 10. November, 13.30 Uhr, auf die Schweiz am 11. November, 14.30 Uhr, geht es für den Silbermedaillengewinner von Pyeongchang gegen die Slowakei. Wir werden mit unserem besten Aufgebot antreten und freuen uns auf drei Spiele auf international höchstem Niveau, sagte Sturm. Das Heimturnier des DEB findet nach drei Jahren in Augsburg erstmals in Krefeld statt. Dort war der Verband 1963 gegründet worden. Der Spielplan des Deutschland-Cups im Überblick Donnerstag 8. November Slowakei, Schweiz, 15.30 Uhr, Deutschland, Russland, 19.00 Uhr, Samstag 10. November Deutschland, Schweiz, 13.30 Uhr, Russland, Slowakei, 17.00 Uhr, Sonntag 11. November, Schweiz, Russland, 11.00 Uhr, Deutschland, Slowakei, 14.30 Uhr, von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017